Was? Ach du bist umgefallen. Moment. So geht es schon weiter. Ich muss hier schnell noch die Muni einsammeln. Und dann geht es auch hier schon weiter. Oh, wirklich? So einer? Wo wir als Mensch unterwegs sind? Na komm schon. Ist doch nicht aus Spaß zwei Türen. Naja doch nicht. Ich hab langsam... Den Überblick verloren, auch wenn du auf dem Kopf stehen oder nicht. Na gut. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Ja, sehr verwirrend. Hä? So, das ist das, wo wir vor uns direkt haben reinzukommen. Ah, jetzt ist das Ding an. Okay. Was aber sicherlich heißt, dass wir nicht mehr alleine hier sind, wo wir hier schon aufgeräumt haben. Wie ging es denn dahin? Ähm. Achso. Genau. Genau, 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 genau. Zack. Ähm. Ähm. Okay. Ist schon ein bisschen creepy hier. Ich geh jetzt einfach mal stark davon aus, dass wir da blöde reinlatschen sollen, oder? Neuzehnen. Applaus Wolltest einfach mal tun, oder? Tschüss Welt. Ach, komm schon, ne ne, ne, ne. Schaden genommen. Nein. Und zwei von denen. Hier gibt es aber Moni. Äh, nicht Moni. Leben. Uh. Wah, fuck. Nein. Du bist in die Geisterwelt. Was? Was? Das ist neu. Das war einfach. Ich glaube nämlich nicht, dass das die einzigen waren, habe ich gesagt. Hallo. Böse Elie. Oh, boah. Ich will wieder zurück. Da sie. War das hier nicht vor? Nein. Wo geht es dahin? Ah, komm! Komm ab! Ich bin jetzt Zeit mit dir zu spielen, jetzt. Du bist jetzt. So, brutal. Was gibt's hier? Komm, komm her runter. Gleich schon. Okay. 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 Ne. Sieht wohl nicht so aus. Also einfach das Portal. Ah, hier! Oh, oh. Fuck. Darf ich wieder zurück? Hallo? Puppe? Wo bist du denn hin? Bist du weg? Bist du nach Hause gegangen? Ja. Ja. Würde den Knopf ein. Nein. Ich weiß noch, wer rumstammt. Ah. Ah. Warum fliegen hier Steine in das Raumschiff rein? Hier? What soll das? Okay, egal. mal. Hey. Ah. Wir wollen hier. Magic. Uh-huh. Okay. Well. Oh. Ah-huhu. bestimmt damit die nicht kaputt geht wenn hier aus irgendeinem Grund die Meteoriten oder was es ist hier reinfliegen was soll das mehr Kollege bleibt doch ein paar Wunder verwecks mal sagen und die Kollegen behalten wir lieber das Eis gerade sehr effektiv es wieder so komischer Würfel bei der aber nicht wieder so dämisches Rätsel eingebastelt wie vorhin da lieber Würfel was machst du was ach so jetzt können wir ja am Portal vorbei welchen Zweck erfüllen die Würfel ach so das ist jetzt aber nicht den ihr Ernst wo sind wir denn da ist aber gekommen da wollen wir hin heißt ich brauche eigentlich bloß mich hier herstellen was drücken wenn sich das ganze gleich wieder dreht kann ich noch hier reinfallen hoffe ich und dazu nur halt diesen blöden Würfel her schieben ok Löffel schieben ach komm schon denkt sich denn so ein Schwachzug bin er ja nicht weit umfahrend ja ja sehr gut hier und hier komme ich jetzt bestimmt nicht so drauf aber einen kleinen Würfel noch ehrlich ein großer Würfel bitte da bleiben kann bei einer Würfel du musst mal hier rüber warum hier den blöden Würfel herrlich ja rüber bevor das soll ja schon reichen ja komm schon aber sowohl so reichern die wir noch mal machen müssen menu achtung räumliche Anomalie entdeckt ja das sagen die die an an die decken laufen hallo ach komm was hä what what okay ja das Level Design ist echt cool ein oder aus das ist eingang heißt wir gehen mal hier Richtung Kollegen da ist noch was okay wir sehen den Gang dort heißt genau das ist eine andere Tür hey Peter hey Peter uh uh musst du spielen wow komm was hey bleibe hier völlig abgehauen wie so eine Pussy was der da gekrochen ist schweiz 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 und speichern so was ist das wieder bilder von jem dieser was ihr so nie passiert der da weiter schreibt der richtige weg zu sein aber gern noch mal wissen wir haben das leben wird über den knopf noch drücken jetzt sind nicht so aber gut zum format mit fahrstuhl fahren und die schaden hier gibt es sowieso noch ein paar neue leben da fallen wir im portal rein aber sind wir denn hier das aussieht sowieso riesiger magen oder so wir können hier runter aber das portal bringt uns vielleicht noch und wir haben es bringt uns machen nachkommen du klaus hau ab und noch einer oh fuck nein nein komm ich brauche leben ah ihr wichser da die da wohl einfach nur voll so dass wir wieder aufmachen die gibt gibt es denn hier hinten noch was achte finden wir vielleicht noch ein bisschen munition ohne i nein gut immer ein drunter aber hier kann man wieder alles auf dem Kopf stellen und können aber wir müssen das bestimmt vorher aufmachen vermutlich jetzt einfach mal na los so haben wir da jetzt aufgemacht ich weiß nicht ab auf den Kopf ach so machen wir hier durchs portal welchen zweck hat er jetzt das egal egal aber es ist schon wieder aus wie arena jetzt immer hier es sind sie aus wie eine heizung alle kommen wieder mit dem gleiter durch die Gegend fliegen ich habe vorher mal trinkt man schluck trinkt man schluck da da ach deswegen der Plätze mit ich steine wir sind jetzt praktisch unser Hindernis aber wir fliegen einfach mal nach oben geht er auf ach heute hier jetzt guck doch blöd wenn ich so scheiß Shuttle ab bin ich da nicht mehr so lustig oder bin ich da nicht mehr so lustig oder bin ich da nicht mehr so lustig oder denkst du nur drum hier müssen wir wahrscheinlich sogar hin überhaupt wir können erstmal nach unten wir sind hier sind wir auch rüber irgendwas aber nicht rein schade schade steile meteoriten in ihrem alp ja ich habe wieder landen angesogen ja sehr gut mal speichern so dass du da aus dem und das kapitel schon wieder abgeschlossen hier das heißt ich lege eine ganz 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 winzige pinkel pause ein höchstens höchstens zwei minuten wir sehen uns also gleich wieder aufstehen ich bin mal gespannt wie lang das hier noch hätte ja gedacht dass wir äh schon uns richtung dass wir schon auf dem weg zum endgegner waren aber die sache dass Jenny sich äh Jen sich einfach nochmal was leck gefahr leck machen sofortige äh was benachrichtigung nö würde ich jetzt so nicht sagen jetzt hat kein leck eh keins von dem auftritt äh was wollte ich gerade sagen und nicht lügen äh ja wie gesagt ich dachte eigentlich wären schon auf dem weg zum endgegner aber uff ja scheinbar nicht so na gut na gut ähm geh mal einfach vorher lang geht der ja durch jawoll dann schalten wir die laser mal aus was steht hier das ernte kampfgruppe 412 im Einsatz er muss jetzt das rohr hin sie war doch gerade noch ein rohr what ach komm schon wir könnten mir damit gerade nicht noch schieb hm wir könnten mir damit gerade nicht noch schieb was was ist das denn oh boah die machen aber auch ein damage ey unglaublich uah aber alter boah komm und keiner gesehen man vielleicht dann auch nochmal speichern soll es nur zweimal laden na gut nicht so schlimm dauert nicht ganz so lange ich kann ein Stück trinken wird speichern mal hier hier ist doch ach so ne ne das wort ah ok ich verstehe ach so ach es wird einfach geschlossen ah gut mal aufladen also können wir mit dem nicht mehr schießen von uns können wir doch so ein Strahl schießen ich verstehe nicht ganz muss auch nicht sein hey hallo oh komm ah fuck er bleibt draußen haha was machst du denn jetzt der Kollege hm ich glaub explodieren oh nein oh unglaublich nein wie doof kann man denn sein ah ah und mal speichern hier so es wird nach ja ähm wer sagt nochmal speichern nachdem wir alles eingesammelt und gemacht haben so und zwar genau jetzt wollen wir die Sache nämlich nicht zehnmal machen können wir den benutzen aber gar nicht weiter benutzt das Ding macht aber gut Schaden zwei Schuss und was und was bist du oh fuck shit oh oh jetzt wir haben Boden rum meins aber wenn das nicht übelst nach Arena stinkt ja hallo hallo wirst du spielen ich will spielen komm lass uns spielen haut der einfach ab ey ich will mit dem spielen und der haut einfach ab im wir ließ und scheint irgendetwas damit er aufgebaut zu werden Kraftfeld oder so buch 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 ich kann ja wissen dass sie einfach runter fällt was schießen schießt man nicht drauf aber wir haben wieder hatten vorher speichern nicht wollen das ja alles geht und deswegen weshalb ablösen ob uns einsamen werden wir im shuttle fliegen der vorteil natürlich mal so bauten jetzt alle von den dingen normal aufs knöpfchen drücken doch mal schnell das patsche händchen auf dem rucksack kram so eine zu hause jetzt wieder immer wieder das gibt es drei verschiedene ein knöpfelein scheint was anderes zu sein so eine kram aufzubauen hier es sieht auf jeden fall echt nice aus so eine kram so eine kram Eigentlich nicht. Ich habe das Gefühl, ich weiß, was die... Das sind wir. Da. Da. Irgendwo hier unten. Ein Gen ist da oben. Oh, na klasse. Das kann ja lustig werden. Ich komme mit einem Gleiter hoch. Mit einem Shuttle, das eigentlich war. Mit einem Portal benutzen. Vielleicht auch eine Lösung. Ein Besuch. Ja, natürlich haben wir wieder Besuch. Ah, fuck. Wir können uns noch schnell vor Leben holen. Komm, 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 haben wir ja hinten an dem... Ein Dingens hier. Ein Hologramm. So. Dann nochmal speichern. Ich bin das übrigens gut gelöst, dass man hier mal zweimal drücken muss zum Schnellladen. Wir sind ja leider beim Max Payton, das ist ein oder andere Mal passiert, dass wir speichern wollten und geladen haben. Gesperrt, Transport im Gang. Nein. Nein. Jen, I'm coming. I'm on my way. Ich frage natürlich, wie weit hoch kommen wir jetzt? Wir sind auf jeden Fall in diesem Scheiß-Turm. Und Jen ist ganz oben. Und ich vermute auch, dass die liebe Mami auch ganz oben ist, samt ihrem Wächtervieh. Wenn wir einen Shuttle landen. Ich habe gehört, du wirst hier runter. Habe ich gehört. Hat er gesagt. Gut, da gibt es glaube ich wieder eine Nachricht. So zum Telefonat. What? What? Das war so nicht geplant. Ich wollte den Traktorstrahl bedienen, nicht mit dem Scheiß-Ding fliegen. Mit dem Shuttle landen. So, Entschuldigung. Ich wollte dich sanft und ablegen, nicht wegschmeißen. Das darfst du jetzt nicht falsch sehen, ne, Kollege? Wir haben den Dicken noch gar nicht getroffen, bevor wir uns gesehen haben. Genau, das scheint das Zeug zum Schießen zu sein hier. Jawohl. Okay. Man packt dich drei Waffen in einer. Ein Telefonat. Hier ist Jen, wie sie weggebracht wird. So bringen sie denn hin. Können wir das sehen? Wer hat sich? Bleibt tapfer, Jen. Wir sind auf dem Weg. Erstmal ein bisschen Boni. Erstmal ein Boni. Ach, das ist Eis und das ist... Ah, okay. Ah, hier ist der Telefonat. So, Professor Caldwell, do you think these aliens have been here before? Oh, certainly, Art. In researching ancient Native American legends, I found several mentions of creatures returning to Earth and abducting human beings. The most recent period was with the Anasazi in the Four Corners region, where New Mexico, Utah, Arizona, and Colorado meet. So, you think the Anasazi disappeared because of these same aliens? I think the evidence is quite inclusive, Art. I've been studying the petroglyphs in the area and correlating them with the aural traditions of the Pueblo, Ute, and Hobie tribes. The accounts discuss very similar circumstances, right down to the colors of the lights and the mention of an overlord creature that sounds very much like your keeper. Ah, that's amazing, Professor. Folks, if you're just joining us, we're on the air with NSU Professor of Psychic Research, Greta Caldwell. She's got a theory that we're being visited by an alien race and we're on the air with NSU Professor of Psychic Research, Greta Caldwell. All of our own fliegen hier ein ziel so von unserem traktor strahlen und ab weg wir sind schatten und Vielen Dank.